Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Rung Total War Online Battle von mir. Ja, diesmal mit den Galgern wieder. Gegen die Thraka eine selten gesehene Schlacht, besonders die Thraka sind ja sehr selten eingesetzt. Das Besondere jetzt in dieser Schlacht ist wirklich der Fernkampf, ich zeige euch das nämlich jetzt hier. Es ist normal, dass die Thraka mit übertriebenes viel Fernkampf kämpfen müssen, sonst haben sie einfach keine Chance gegen andere Fraktionen, denn die Kavalerie hat überhaupt gar keine Chance gegen meine, die ist einfach unterlegen von der Qualität her und hat deswegen deutliche Probleme. Ich fange erstmal an, was habe ich dabei? Ich habe einmal Plänklerkriegsbande mit dabei auf Goldangriff und Silberverteidigung, oh ne, Goldangriff-Bronzeverteidigung, viermal Schwertkämpfer auf Goldangriff-Silberverteidigung und zweimal Elite-Schwertkämpfer auf Silberangriff-Bronzeverteidigung, was hier auch mein General drin befindet, und zweimal barbarische Adelskavalerie auf Goldangriff. Der eine versteckt sich allerdings hier drüben drin, den habe ich hier versteckt, damit ich den nun mal so als keine Überraschungseinheit einsetzen kann. Dafür eignet sich dieser Wald hier sehr gut übrigens, muss ich wirklich so sagen. Spulen wir mal ein bisschen vor. Ja, die Schlacht war auch schon was Besonderes. Erstens, weil kaum jemand Traker kämpft, also mit Traken kämpft. Fangen wir an, was hat er überhaupt dabei? Der hat sich natürlich hier im Wald versteckt, hat zwei Piken mit dabei, also zwei Phalanx-Piken, aber mehr kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Und das war halt das Überraschende, der hat da wirklich extrem viel Fernkraft mit dabei gehabt, und zwar eine sehr enge Schlacht. Da habe ich wirklich nur Glück gehabt, dass ich von der Spielmechaniker überlegen war, also dass meine Einheiten stärker waren. Ansonsten hätte ich überhaupt gar keine Chance gehabt. Das wäre ein ganz schönes Problem geworden. Als Galia ist natürlich klar, muss man sich zuerst in den Wald kämpfen, ist ja logisch. Ich habe mir jetzt hier Zeit gelassen, weil ich wusste, der Traker, der ist ja noch hier drüben, ziemlich weit weg, er kann so schnell gar nicht reagieren, bis er da ist. Deswegen habe ich mir erstmal gedacht, okay, gehen wir rein da, da drüben bewegt sich jetzt was, das müsste die Kavallerie sein, die er hatte. Nein, das sind die Bogenschützen. Wie man sieht, hier schon in Massen sechs Einheiten, und zwar bei einem niedrigen Budget, ich glaube, 10.000 Denare. Das ist eine sehr große Einheit dafür, aber das ist ja auch nicht falsch. Der Spieler ist auch gar nicht schlecht, also der ist ja vom FAOH-Clan, der wusste, was er tut. Und die Taktik von ihm, die war ja wirklich schon nicht schlecht. Also die war wirklich... Aber dazu kommen wir ja gleich, wie es ausgeht. Man sieht, er rennt jetzt hier auch schon los. Jetzt bewegt sich hier drüben auch seine Bauern, hat er auch mitgehabt. Warum man eigentlich Bauern mitnimmt, ist mir fraglich. Vielleicht als Mietschild, das kann sein. Mehr aber auch nicht. Aber er hat auch seinen Fokus darauf gesetzt, sich hier... Weil sie verstecken hier drüben nochmal sechsmal Miliz-Kavallerie. Also auch keine schlechte Kavallerie, mit der man ordentlich nerven kann. Also hat er insgesamt zwölf Fernkampfeinheiten. Jetzt gucken wir mal, wie viele ich dabei habe. So, wie viele habe ich denn dabei? Erzählen wir mal. Oh, eins. Gut, wie effektiv. Ja, da waren meine Plengler-Kriegsbanden in dem Sinne, waren dann eigentlich wieder nutzlos, weil sie einfach schon vorher getötet werden. Der Grieche hat jetzt genau das Richtige gemacht hier, also der Trager. Der hat sich einfach aufs offene Feld gestellt. Denn da habe ich den eindeutigen Nachteil. Der hat hier drüben auch übrigens meinen Trupp erkannt. Das kann man nämlich, wenn man durch Maus 3 drückt, kann man auch versteckte Einheiten im Wald sehen. Er hat diesen hier gesehen und rennt jetzt natürlich sofort drauf los. Ich charge jetzt erstmal seine Bauern, weil die sind ja schon so offen positioniert und danach haue ich auch gleich wieder ab, weil ich sehe, jetzt kommt hier drüben die Kavallerie und da wollte ich es gar nicht jetzt mit aufnehmen. Aber dazu können die Bauern auch gut benutzen, so als kleine Einheit zum finden, ähm, versteckte Einheiten. Man sieht jetzt schon, jetzt fliegen hier auch die Pfeile auf meine Adelskavallerie. Ich kann nur von Glück reden, dass die Schilder auf der Seite waren, wo die Pfeile herkamen. Sonst hätte ich wesentlich mehr Verluste gemacht. Jetzt habe ich mich hier drüben im Wald verschanzt erstmal. So kann es natürlich nicht weitergehen. Dann kann er jetzt einfach auf Zeitspielen draußen warten, mich rausballern. Das ist ja sein Vorteil. Ich muss ja dann agieren. Er hat ja wesentlich mehr Fernkampf als ich. Da hat er einen eindeutigen Vorteil. Gerade bei so einem niedrigen Budget sind, ähm, Fraktionen mit viel Fernkampf immer sehr effektiv. Also ich kann euch nur damit raten, wenn er bei niedrigen Budget spielt, sind die Trager nicht schlecht. Gerade mit so einer Armee, da kann ich überhaupt nichts entgegensetzen. Gerade als Gallier ist das unmöglich. Der Fernkampf ist viel zu teuer, den man sich holen kann. Wenn noch die Plänkler Kriegsband, aber die ist auch nicht so effektiv. Die würde die Infanterie zerfetzen, aber den Fernkampf nicht. Und das ist ja das Problem, er hat jetzt so viel Fernkampf mit und da muss ich ja hinterher kommen. Vor allem seine Kavalerie ist noch ein viel größeres Problem. Die ist ja mobil und effektiv. Das kann ja schon ganz schön auf den Sack gehen. Aber na gut. Man sieht, jetzt kommt er noch vor dem Wald, genau stehenbleibend auch am besten. War so eine kleine Provokation, aber ich wollte jetzt auch nicht mich ausballern lassen und habe mich entschieden loszurennen. Mein General wäre sonst nur unnötig draufgegangen. Man sieht schon, die Pfeile fliegen jetzt hier. Meine Plänkler werfen jetzt auch schon. Die haben jetzt den Vorteil, dass sie im Wald stehen und können auch schön auf die Einheiten hier vorne zimmern. Bringt aber auch nicht viel. Das bringt überhaupt nicht viel, leider eigentlich. Jetzt geht er in die enge Formation, das war eine gute Idee. Und jetzt kann ich nämlich hier herumlaufen und ihn mir schnappen. Das ist mein Vorteil. Sein Vorteil ist jetzt aber, dass er gegenüber meinen Schwerdkampf aber wesentlich effektiver ist. Hier sieht man das Problem, er hat jetzt hier eine Lücke gehabt. Da hätte ich einfach durchrennen können und hätte ich die Phalanx locker zerfetzt. Aber gut, das hat nicht mehr geholfen. Hier drüben wird der Trupp aber komplett vernichtet, weil er einfach keine Chance hat gegen diese Masse. Hier drüben allerdings gewinnt er locker. Meine Kavalerie kommt jetzt hier noch rum. Und die will ich jetzt eigentlich darauf ansetzen, hier drüben die Bogenschützen auszuschalten. Allerdings ist er hier schon nicht schlecht und geht sehr effektiv an die Sache heran. Und jetzt hat er mich hier gesandwiched und da hat mein Trupp natürlich keine Chance gegen diese Masse anzutreten. Man sieht, hier sind nur noch 16 Mann übrig. Und er flieht jetzt auch sofort. Aber ich konnte wenigstens auf der anderen Seite meinen Trupp durchführen, ohne dass er es großartig gemerkt hat. Und konnte jetzt hier schön durchrennen. Ich habe hier seine Militz-Kavalerie mir schnappen können. Hier drüben sein General ist auch nahezu vernichtet. Meine Plank hat sich jetzt auch mit dem Nahkampf rein. Hier chargte er jetzt mit seiner Kavalerie in meinen Rücken. Mein erster Trupp flieht schon. Hier kann ich mit meiner Kavalerie wenigstens seine Bogenschützen aufräumen. Denn die Bogenschützen sind ja auch ein Hauptproblem mit. Und hier flieht er auch. Das ist der nächste Trupp. Nein, das ist nicht der nächste Trupp. Aber man sieht, sehr effektive Taktik hat geholfen. Aber sein General flieht jetzt. Das war jetzt mein Vorteil, das meiner noch durchgehalten hatte. Das ist wirklich eine Schlacht. Die ist haarscharf. Die ist sehr eng. Man sieht, ich bin jetzt komplett umzingelt. Also an sich war der richtig gut und hat auch wirklich alles richtig gemacht. Wo das Problem war, der hat sich verschätzt mit der Stärke seiner Fernkampfeinheiten. Denn meine Schwerenkämpfer sind deutlich ein Vorteil. Seiner Trupp, die Giniere, der sich hier drin noch befindet, hat auch keine Chance mehr. Jetzt flieht ja alles Stück für Stück. Der hat einfach sich verschätzt und hat seine Einheiten zu stark eingeschätzt. Und deswegen konnte ich die jetzt hier einfach 0, nichts zerfetzen. Der hatte da keine Chance gehabt. Jetzt schnappe ich mir noch den Trupp Bogenschützen hier. Damit der jetzt auch nicht noch weiter ein Problem wird. Aber hier war die Schlacht eigentlich schon gelaufen. Der hatte da einfach nichts mehr gehabt. Der hat einfach jetzt hier, muss man sagen, die Taktik war genial. Absolut genial. Besser geht's kaum noch. Also das war richtig gut. So eine ähnliche Taktik spiele ich mit so einer Fraktion auch immer. Bloß sein Nachteil war jetzt halt, er hat sich verschätzt. Er hatte zu wenig Infanterie dabei gehabt, die wirklich was drauf hatte. Und man sieht ja jetzt auch hier, das war eine knappe, also ein knapper Sieg. Ganz, ganz knapp. Und ich habe wirklich gerade noch das überlebt. Und vor allem, er hatte 200 Mann mehr als ich gehabt. Er hat es gut eingesetzt. Er hat es sehr gut eingesetzt. Und da zeigt sich auch mal, dass man mit einem niedrigen Budget eine riesen Armee aufstellen kann, die sehr qualitativ ist. Die war nämlich überhaupt gar nicht zu unterschätzen. Die war richtig stark. Gucken wir uns mal die Statistiken jetzt an. Man sieht, meine Elite-Schwertkämpfer haben hier die meisten Gelds, auch mein General. Bis auf meine barbarische Adelskavallerie, die war auch noch nicht schlecht dabei. Meine Plänkler waren auch relativ gut bestückt. Ja, das war es dann erstmal wieder von mir. Ich verabschiede mich von euch und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.